Tutorial Time Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial und zwar wie man eine Minecraft Skin erstellt für die alle, also die es nicht wissen was eine Skin ist Skin ist Englisch heißt Haut und ja das ist das Aussehen von der Person die man spielt also den Steve glaube ich heißt er und so, zeige ich euch wie man es erstellt also ihr geht auf Google oder eine andere Suchwebsite also ich bevorzug halt Google da gibt ihr 3D Minecraft, also MC Skin ein und wählt es aus und dann kommt ihr auf Minecraft Forum und dann geht ihr runter bis zu diesem Download Zip Version von der Latest Version und dann klickt ihr drauf und dann könnt ihr ihn hier runterladen und ich habe es halt runtergeladen deswegen ist 2 Klammer da und ja, also das speichert ihr dann und später wenn ihr fertig installiert habt, habt ihr dann hier eine Verknüpfung auf dem Desktop die so aussieht weißer Hintergrund MC Skin 3D heißt das und da kann man eigentlich relativ einfach Skins erstellen ich habe auch meine erstellt damit und ja, ich werde dann noch ein neues Video machen wo ich dann zeige wie man die Skins in Minecraft bekommt ja so, das war jetzt hier das Video wie man sie erstellt und dann kommt das andere dann wie ihr sie in Minecraft kopiert also halt dass ihr sie habt so habt ihr sie nur erstellt und ihr spielt sie sozusagen noch nicht ok, das war's von diesem Video ich werde dann noch eine Verlinkung machen dass ihr zu dem Video kommt dass ich jetzt gerade anspreche und dank fürs Anschauen sage ich und für mehr bitte ich euch dass ihr meinen Kanal einfach abonniert klickt auf das Abonnieren auf das Abonnieren Zeichen da einfach auf Abonnieren im Braun oder Grau oder keine Ahnung aufs große Abonnieren und dann kommt ihr auch zu meinem Kanal, den ihr dann gleich abonnieren könnt denn es werden noch viele Tutorials kommen und ihr dürft auch mal das Thema bestimmen und ja, und für die es noch nicht wissen es gibt mehrere Abonnenten-Specials ich weiß, das sage ich jedes Mal aber es ist auch so Abonnenten-Special ist, wenn zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Abonnenten ist zum Beispiel 50 Abonnenten dann mache ich ein besonderes Video ok und werde ein Zicker, also kein Zocker sondern ein Zicker Z-Zicker eher indem du abonnierst, die mir abonniert das wäre super, danke wieder so 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 ich so Bis zum nächsten Mal.